Grüß euch liebe Rapid-Fans, liebe Greenies, Schicki und ich sind heute bereit zum Kochen. Schicki, was gibt's heute? Ja, ich hab mir da was überlegt und zwar gibt's heute Penne mit einer Spinat-Creme-Sauce. Oberst vielleicht in Deutschland. Ja, wir haben alle Zutaten vorbereitet, wir sind top vorbereitet. Vegetarisch? Schaut das vegetarisch aus? Ja, für mich ist ich da nix, was einmal gelebt hat. Von dem her, wir haben das Wasser schon zum Köcheln gebracht, wichtig, die Zutaten sind Penne, dann brauchen wir Zwiebel, dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Wenn's jemand ein bisschen gern schärfer hat, der Jonas Auer empfiehlt das Chili Meersalz. Wir brauchen Öl, wir brauchen Spinat und ganz wichtig, der Schlag-Overs und ein bisschen Milch. Und ein bisschen Milch, ja. Ja gut, dann wieder sagen, dann fangen wir an, oder? Ein bisschen Hunger haben wir da schon bald. Du hast gesagt, Wasser kocht schon, Wasser ein bisschen Salz, oder? Auf alle Fälle, und ich würde mal sagen, ich fange mit den Zwiebeln an. Ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Salz rein, hast du ein bisschen... Oha, gut, ein bisschen eine Prise. So, jetzt kann man nie zu viel nehmen bei der Penne. Zwiebeln, ich will mir auch ein bisschen rot machen mit den Zwiebeln. Wie machen wir's, Würfel oder Streifen? Hm, ich würde schon kleine Beuferler machen, weißt du, ich hab das auch nicht so gern, wenn so klubrig ist. Wie machst denn du das? Aha! Normalerweise... Wichtig, wir die Finger schneiden, sehr wichtig. Vor allem für die Dornmänner unter euch wäre es vorteilhaft. Bei den Feldspielern kann man vielleicht ein bisschen kompensieren, das Ganze. Ja. Siehst du, was ich für Tempo da hab, gell? Du bist... Ja. Aha. Machst du das öfter so? Weniger, daheim arbeite ich eigentlich nur mit dem Thermomix. Okay. Haben wir jetzt heute da in der Grundausstattung nicht. Macht aber nichts. Haben wir zwar dem Team gesagt, aber haben sie nicht vorbereitet. Hast du umgesetzt, okay. Habe ich. So, ich werde sagen, Wasser, schaut gut aus, oder? Köln halt. Köln halt. Gesalzen hast? Gesalzen habe ich. Nudeln, Penne, gehen rein. Ja, wir haben gerade trainiert, hau rein, alles. Ja, ja, ja. Da ist alles drin. So, wir brauchen ein Öl. Ein bisschen Öl für die Sauce. Also die Nudeln. Schauen wir auf die Uhr. Ah, das soll schon al dente werden, gell? Ja, ich schätze so acht bis neun Minuten wahrscheinlich werden die brauchen. So, jetzt haben wir das da rein. Ein bisschen Öl. Wie machen wir denn das jetzt? Oh, das ist so, ja. Ja, pass auf jetzt. Das ist dir da, das kann ich. Top. Du mit einer Sist von der Seite. Und ich vollends noch. Nicht zimperlich sein. Schön. Da brauchen wir noch bitte, schau. Haben wir noch geschnitten. Also wenn einer gerne mehr Zwiebeln will, so wie wir. Ja, für den Geschmack schon klasse, gell? Ich muss sagen. Also wichtig wäre, wenn jetzt jemand einer den Tipp vom Jonas annehmen würde, dann wäre jetzt der richtige Moment fürs Chili mehr Salz. Ja. Weil das mit den Zwiebeln, glaube ich, dann richtig gut kombiniert, gell? Eigentlich fühle ich mich jetzt irgendwie ein bisschen so, was ist denn das? Schaust du, schaust du gerne so Kochsendungen? Ja. Grill den Henssler. Mhm. Ine Sonntagabend, Sottel Mais. Was man ein bisschen sehr wilder Sachen, aber bist du da daheim oder sowas? Schaue ich irrsinnig gerne, vor allem, vor allem, äh, z Mittag, ich schaue irrsinnig gerne, äh, Laverlichter Lecker. Laverlichter Lecker? Das, 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 das ist einer meiner, meiner Lieblingssendungen, vor allem z Mittag nach dem Training, wenn ich heimkomme. Okay. Gefällt mir das, gefällt mir das richtig gut. So, jetzt lassen wir das da bitte anschwitzen, gell? Was machen wir heute den Plattspinat, Thorsten? Den würde ich dann dazuhauen. Magst du ihn nur ein bisschen klein machen oder sind wir schon beim Groben? Nein, der zergeht dann hier. Der zergeht dann hier, der zergeht dann hier im Topf. Mhm, Nudeln, haben wir im Blick. Ähm. Ich glaube, du kannst das schon dazuhauen, weil sonst verbrennt der Zwiebeln und das ist auch nicht gut. Das wäre auch schade, ja. Super geschnitten. Nicht simpelig sein, Spinat ist wichtig. Ah, gut. Gemüse. Gemüse, gesund. Immer schauen, dass das nicht in den Topf reingeht. So, Plattspinat, schaut super aus. Das schaute. Ich glaube, den müssen wir noch ein bisschen zergehen lassen, glaube ich. Jetzt könnte man, glaube ich, noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Okay, lass. Aber nicht so viel, würde ich sagen. Nur eine Prise. Mhm. Warte mal nochmal. Und eine Prise vom Pfeffer. Ja. Boah. So, jetzt brauchen wir die Sahne. Schlag, Schlagoberst, glaube ich. Herrlich. Alles schaut gut aus. Wenn wir jetzt einen Schuss dazugeben, würde ich sagen. Einen Schuss? Nein, da brauchen wir mehr, gell? Ja, ja. Da brauchen wir mehr. Also, ich muss sagen, von einer Soße kannst du nicht genug haben. Von einer Gurtensoße. Aber ich will da ein bisschen runterdrehen. Ein bisschen runterdrehen? Sonst verbrennen wir das Ganze. Und ein Schuss Milch. Okay. Das schaut noch was aus. Ich sag's euch. Greenies, das wird ein Festmahl. Wie ist der Duft? Duft? Noah. Herrlich. Ein Traum. Ein Traum. Sample, meinst, gell? Spinat. Schaut sehr gut aus. Auch fürs Auge. Ist auch wichtig, gell? Vor allem nach dem Training, so wie wir es jetzt am Vormittag heute gehabt haben. Ein bisschen härter, ein bisschen intensiver. Ist, glaube ich, so eine gute... Speichauf füllen, gell? Ja, eine gute Mahlzeit, ganz wichtig. Pehne mit einer guten Soße. Vegetarisch, gesund. Ratspillat. Ich glaube, alles, was das Herz begehrt. Ja, ja. On point, würde ich sagen. On point? On point sind die. Können wir runternehmen? Da können wir runternehmen. Gut, die Soße drehe ich ein bisschen zurück, damit es noch ein bisschen dahin geht. Ich komm gleich alle. Ja, klar. Ich schütte nur schnell um, gell? Ja. Schau, da haben wir es jetzt umgeschüttet. Die sind wirklich, die sind wirklich... Sag mal, ja. Darf man normalerweise nicht mit den Fingern, gell? Nein, hast du gewaschen. Boah. Gut. On point. Sehr gut. Soße. Soße. Ich hab da drüben noch eine Schüssel geboren. Ich bitte es um. Ja. Gerne. Komm, ich gleich wieder. Schau, da haben wir die Soße. Boah, wie das riecht. Boah. Ein Traum, he? Warm. Top. Also, liebe Kinder, liebe Greenies, wir haben da jetzt die Penne, wir haben unsere Soße. Ich würde sagen, wir riechen den an, oder? Zwei Teller. Der Rest ist ja schon gar nicht mehr drauf. So, wartet jetzt mal. Komm mal da so her. Hopp. Hopp. Penne. Ich hab wieder sagen, sie hat fürs Auge, weißt du das? Wie ist dein Feinspitz. Hopp, hopp. Und was fürs Auge dazu, würde ich sagen. Drei, weil Sonntag drei Punkte, oder? Guter Punkt von dir. Guter Punkt von mir. Du bist ein Pferfer drin, oder? Pass auf, eine Messerspitze. Ah, Messerspitze. Nein, was selber geschmacklich müssen wir da kurz einen Live-Test machen. Kostet's auch mal. Ja, sicher. Das hilft ja nicht. Schauen wir uns, wenn es sich anlacht. Aufbauen, nicht anbautzen jetzt. Ganz schwierig. Mmh. Ah. Sohle. Echt? Nein. Haben wir uns übertroffen. Echt? Mhm. Boah. Mwah. Also, liebe Greenies. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Folge. Das Rezept gibt es natürlich im Internet zum Nachlesen, auch zum Nachkochen. Kommt natürlich auch mit der Greenie-Post zu euch nach Hause. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, uns hat es riesig Spaß gemacht. Uns hat es riesig Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass wir vielleicht da dranbleiben, dass wir, ja, vielleicht wird's was. Vielleicht machen wir so ein wöchentliches Kochen. Nein. Wir zwei. Ja, wir überlegen uns das und wir bleiben da dran. Wir könnten natürlich andere Spieler vorschlagen, vor allem die jüngeren Spieler, die müssen das ja eh vielleicht öfters machen, da haben wir uns was einfallen lassen, es wird weitere Folgen gehen, wahrscheinlich mit anderen Spielern, wo wir dann vielleicht drüber schauen, dass wir lernen können von uns. Aber ich glaube, gelungene Folge, hat Spaß gemacht, viel Spaß beim Nachkochen.